Musik Hier geht der Floss direkt zur Sitz, rein und rein, dass die Sitz in uns weg sind, so schnell es geht und einfach, dass es funktioniert. Die ganze Beinbock rein, hochziehen und achsrecht nach hinten raus. Thema Ende. 10-15 Minuten Arbeit. Eins, Feuer! Und dann oben am Dach entlang, sehr schön. Hier dann übernehmen, bleibt zu. Dann kommt gleich mit dem Messer, dann kannst du weitermachen. So, die Sache ist, das Licht wegzumachen und dann reinzugehen. Und dich auf. 10 Sekunden. No brake and you spare one tool. So, sehr schön. Wieder bis zur Fahrzeugendkante und dann passt das. Sauber anfangen, sauber aufhören. Und jetzt darf ich die Spreise nach vorne. Immer ziehen lassen. Da hat Dich, das Spreise hat viel, viel Öffnungsweite. Einfach mal laufen lassen. Jetzt geht das bisschen unten dran, auf die Karosserie. Und dann muss ich was aufhören. Gar nichts geht's. Schere durchschneiden. Der Kofferrand deckt die Kofferrand. Wie du siehst, wir haben hier Stahlträger. Die Stahlträger sind im Längsdarm des Fahrzeugs verschraubt. Ja, und unten die Wanne ist auch sehr stabil. Das ist die GFK-Wanne. Was bedeutet die Handbarkeit oder wie lange ist die Haltbarkeit? Und was bedeutet das, wenn es in Richtung Ende der Haltbarkeit geht? Sprech. Kennen die sich auch? Nein. Also grundsätzlicherweise, wir geben auf Batterie acht Jahre Garantie. Bis 160.000 Kilometer. Du wirst ungefähr einen Verlust von zwischen 2 und 3 Prozent im Jahr haben. Bei normalem Gebrauch, normaler Gebrauch ist einmal laden und entladen am Tag. Hier haben wir ein federbelastetes Thermoventil. Das heißt, das Fahrzeug brennt, Temperatur steigt an. Und irgendwann wird der Druck in diesem Behälter irgendwo um 27 Bar sein. 27 plus minus 5 Bar. Dann wird dieses Federbelastetes Ventil, das wir hier haben, wird öffnen. Da ist es hier unten dargestellt. Und dementsprechend den Gastfluss freigeben. Welche Gefahr ist jetzt für uns da als Feuerwehr? Egal, ob wir jetzt bei dem System stehen oder bei dem System, wenn man tatsächlich kommt. Dass wir irgendwo in eine Stickflamm reingeraten. Genau, das ist genauso gleich wie da. Zündung aus. Also Primärmaßnahme Zündung aus, haben wir gelernt. Und was haben wir noch für eine Sicherheitseinrichtung? Manuell. Manuell, was haben wir manuell? Ein- und Ausschaltsettel. So, dann haben wir hier ein Handabsperrrad. Das ist bei jedem Autogas-Anziehen vorhanden. Da kann man das Abschaltverordnungen nehmen, was machen oder wir können da was machen. Der Tank drunter ist auch wieder so ein Crash-Thema. Und das ändert, allein schon von der Fahrt, ist ja wieder hartes Material. Auch hier wieder kann man benutzen, zum Beispiel, wenn wir die B-Säule reißen, dann eine große Seite öffnümmen machen. Kann man da ein Spreizer dagegen drücken und dann hier das quasi so abschälen. Ein einfach stabiles Teil, auch wenn der hinter den Tank setzt. So wollen wir keinen Instrum. Ja, ich werde dir sehen, dass die B-Säule hier drin ist. Okay? Okay? Das mache ich nicht gern, wenn man das macht, das ist Philosophie, aber da kommt die Lehne hier auf Höhe der Mitteltrend, die sich nach hinten, ich habe ein Stück, wo ich die drüber ziehen muss. Wenn ich kurz schneide, glaube ich, die Lehne ganz weg, und jetzt wird es auch gleich sehen, mit der Flachabkleber, ich habe kein überstehendes Rückenteil dazu noch. Hier ist der ganz flach, und das ist halt der Vorfliege zum Abbrücken. Dann fliegen wir runter, da ist einer, da ist der ganz schnell, wenn man will. Hier. 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 Klar, ich habe meinen Wohlfühlbereich im Pkw ein bisschen vergrößert, ich kann da rein und kann versuchen, von da meinen Patienten gut zu betreuen. Du bist von der Größe ein bisschen größer als ich, da oben geht nichts, aber zumindest am Platz hier konnte ich mehr machen. Hier sitzt, ist die Rückenlehne, für ihn ideal. Er kann da schön den Arm auflehnen, aber trotzdem verschränke ich den Rettungspreis, da ist schon enorm. Schaut mal hier her, jetzt gehe ich hin und klappe einfach mal die andere Seite. Und jetzt laufen lasse ich, solange er läuft, läuft, bevor er in die Tiefe eintaucht, aufhören. Manchmal kommt es los, wenn es selten, selten, dass es aufgeht, nochmal, ja, wird sofort verlegt sich. Schere vorbereiten, schon aufgefahren ist sie, wenn man für die Schere Platz hat, dann wir noch nachsetzen, dann fährst du oben runter. Ich gucke gleich, wir sind ja im Spreizer, gerne. Ich gucke gleich, wir sind ja im Spreizer, gerne. Papa, 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 Papauss Jetzt kommt ihr mal, kommt mal rüber, ich sehe schon mal zu seinen Füßen ein bisschen rein, wenn ich jetzt noch hergehe, schneide hier meine Sitzlehne, drehe die nach innen rein, mache den Zünder raus, kann ich ihn raus retten. Das ist ein schnelles Sofortrettung, was ich machen kann, die V zu machen, Lehne, nach innen rein drehen, sehen wir nachher, wie das geht, der muss raus, rausholen, fertig. Kommt schon drauf, alles schön raus, das sieht gut aus. Scharniert den jetzt, warte kurz, hinten warten, Scharnier umsetzen. Und das Schöne ist, Durch den dualen Einsatz der Geräte, Schere, Spreizer, haben wir relativ schnell eine große Seitenöffnung geschaffen und ich gehe jetzt nur hin und ziehe leicht an die Türe und mache meine Öffnung hier. Richtig schön groß und sieht man, nur durch den Ansatz von der Schere, Spreizer, zwei, drei Schnitte, zwei, drei Spreizer Hübe, habe ich eine relativ schnelle und große Öffnung geschaffen. Schaut mal da her, viel mehr geht dir in der kurzen Zeit gar nicht mehr. Wir haben jetzt innerhalb vielleicht von zwei, drei, vier Minuten eine große Heckraumöffnung geschaffen plus eine große Seitenöffnung. Musik 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 Musik